Also die Arbeit mit Benjamin war jetzt völlig unkompliziert. Also ich habe es ja sehr gut empfunden, sehr locker. Gerade die Kombination von Fotografie und Coaching hat mich letztendlich dahin gebracht, die Fotos zu bekommen, die ich haben möchte. Ben war mit seiner Offenheit da, mit seinem Interesse da, mit seiner Herzlichkeit da. Das Gegenüber, das reflektiert hat, das war für mich eine große Hilfe beim Beantworten zum Fragen. Das finde ich sowieso eine coole Kombi, zu sagen, okay, wir machen ersten Coaching. Ich habe mich zeigen können und ich habe mich öffnen können. Es hat mir geholfen, die Kameras zu vergessen, die Art und Weise, wie er gearbeitet hat. Und es fühlte sich nicht wie Arbeit an. Das finde ich auch ein Geschenk. In der Zusammenarbeit mit Benjamin hat mir am besten gefallen, dass er mich komplett durch die Session geführt hat und immer genau wusste, was ich an Fotos haben möchte.